Hi, herzlich willkommen zum DropFilm Talk, unserer heutigen Review von Greyhound. Greyhound ist der neue Apple TV Film, der ja eigentlich in den Kinos rauskommen sollte, aber durch die angehende oder anhaltende Pandemie ja auf Apple TV oder von Apple TV Plus gekauft wurde und da jetzt als Streaming-Möglichkeit rauskam vor, ich glaube zwei Wochen war es ungefähr, 10. Juli glaube ich, müsste es ungefähr gewesen sein. Auf jeden Fall ist da natürlich auch ein großer Schauspieler in der Hauptrolle und zwar Tom Hanks. Und Tom Hanks ist da natürlich sehr involviert und sein Charakter, ich glaube Ernest Krause, steht auch im Mittelpunkt des Ganzen und er ist wirklich ein sehr, sehr nischiger Genrefilm. Aaron Schneider hat das gerade für den ganzen Film Regie geführt und er setzt mit Tom Hanks als Charakter den Marine-Seekampf in den Mittelpunkt dieses Films, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Wir haben hier nicht so viele Charaktermomente, sage ich mal, im Film oder beziehungsweise wird hier nicht so stark auf Charakter eingegangen, was diesen Film aus militärischer Sicht oder amateurhafter militärischer Sicht wie meiner natürlich sehr interessant macht beziehungsweise sehr real erscheinen lässt. Er spielt im Jahre 1942 und es ist kurz nach, beziehungsweise es ist kurz nach Pearl Harbor, glaube ich, genau. So müsste es sein. Und da geht es darum halt, dass der Kapitän, gespielt von Tom Hanks, mit seinem Schiff eine gewisse Flotte von Transportschiffen beschützen muss. Weil es gibt eine bestimmte Zone im Atlantik, wo keine Schiffe Flugverkehr, beziehungsweise Flugschutz bekommen können durch die Flugzeuge der verschiedenen Länder. Und die Zeit, die sie da verbringen, ungefähr auf diesem, sag ich mal, schwarzen Loch, sind, glaube ich, 36 Stunden waren es, glaube ich, oder sowas. Oder um die 50 Stunden, vielleicht irgendwie so 36 bis 50 Stunden, wie sowas war das im Dreh. Und da sind sie halt, wie gesagt, ungeschützt und können natürlich, sind einfache Ziele von deutschen U-Booten. Und das spielt natürlich auch eine bestimmte Rolle, weil es gibt natürlich dann die bösen U-Boot-Leute, die Nazi-U-Boote sozusagen, und die versuchen natürlich, die Schiffe zu versenken. Und da steht es natürlich dann wirklich in diesem taktischen Hin und Her zwischen diesem, sag ich mal, Beschützer von Tom Hanks, der ja hier auch gleichzeitig, weil er ja ein sehr gläubiger Mensch ist, das kriegen wir von ihm mit, er betet immer vor seinen Mahlzeiten immer sehr stark. Und ihm geht es auch zum Beispiel darum, dass nicht Nazis sterben, sondern dass 50 Seelen, also es gibt einmal, wo 50 Seelen sterben und dass es da, dass es um die Seelen geht und nicht um, wer genau da tot ist und dass man sich freuen muss, sondern man ist eher, wie gesagt, um allgemein ein menschliches Sterben oder ist er besorgt. Und das kommt auch wirklich sehr gut, kommt auch sehr gut durch und gibt dem Ganzen in gewisser Weise einen Charakter, aber es steht ihr insgesamt mehr diese, diese Leistung, sag ich mal, oder diese, dieser, der heroische Akt im Mittelpunkt. Und er spielt ja nicht zum ersten Mal einen Käpt'n, in Käpt'n Phillips war es da im Gegensatz zu ein bisschen anders, wo es eher um individuelle Konflikte, ähm, der Charaktere ging. Aber hier geht es echt wirklich nur um den marinischen, ähm, marinischen Seekrieg und das ist wirklich, äh, gut gelungen, meiner Meinung nach. Es gibt auch in diesem Film kaum irgendwelche Momente, wie gesagt, wir lernen am Anfang mal erkennen, dass Tom Hanks, äh, dass da es eine Frau gibt, die er liebt. Ich würde auch ganz vergessen, es könnte auch sein, dass das Studio einfach gesagt hat, hey, wir brauchen jemanden, damit es ein bisschen more appealing wird oder wir müssen mal eine Frau reinbringen, weil der Film ist wirklich schon sehr männlich und, ähm, wirklich sehr kriegsgesteuert. Die Frage ist, ob man sowas braucht. Aber ich glaube, die, ähm, die, die, die Zielgruppe, die hier angesprochen wird, sind, äh, Väter in dem Falle, äh, die schon ein bisschen älter sind und natürlich, äh, solche Art von Filme mögen. Und da kommt dieser Film genau richtig, äh, richtig ins Rollen und das ist ein Dad-Movie, wie er im Buche steht und, äh, das glaube ich, was, äh, was, was, was das angeht, macht er es auch wirklich sehr gut und für jeden Vater eine bestimmte tolle Erfahrung. Ja, man kann natürlich sagen, der Film hat natürlich nicht viel mehr zu bieten als halt diesen Sehkampf und, ähm, die, sag ich mal, Genauigkeit oder, ja, Genauigkeit, in dem, die, in dem hier gehandelt wird und die Sachen so gezeigt werden, wie sie wahrscheinlich auch gewesen sind oder beziehungsweise auch, wie spannend das inszeniert wurde. Das sind wirklich gute, gute Sachen, aber es macht natürlich nicht unbedingt den, den besten Film für ein All-Around-Publikum und es ist, glaube ich, etwas spezieller an dieser Stelle, aber nichtsdestotrotz ein nicht wirklich schlechter Film. Daher ist meine Meinung für diesen Film. Sechs von zehn Punkten. Ich fand ihn, ich fand ihn okay, er hat mich entertained, aber wie gesagt, äh, ist auch wieder vergesslich, man muss ihn nicht unbedingt nochmal ein zweites Mal gucken, ähm, außer man ist natürlich sehr kriegsinteressiert und möchte da noch ein wenig mehr sehen. Aber, wie gesagt, die, äh, Tom Hanks und der Regisseur, ähm, ich glaube, Schneider hieß er mit Nachnamen, äh, Aaron? Aaron Schneider, genau. Die haben, äh, genau das gemacht, was sie, glaube ich, auch machen wollten. Seth Wagner wirklich nicht mehr zeigen und das haben sie wirklich auf den Punkt gebracht. Daher, sechs von zehn Punkten. Hi and welcome, this is the Drop Film Talk and this is the new review for the Apple TV Plus Movie Greyhound. Greyhound is the new movie, as I said, for Apple TV Plus and it has in the, as the main character Tom Hanks, who is basically America's dad and everybody wants to see Tom Hanks do this kind of dad role for this kind of dad movie. Um, yeah, as I just mentioned, every dad should be able to see this kind of movie. It's like, it's made for every dad, it's like a perfect movie in that regard and this movie made by Aaron Schneider focuses primarily on the naval warfare. And this naval warfare is, um, the, just a, the sole focus point because we have maybe in the beginning a little bit of, uh, like tiny pieces of story. For example, that Tom Hanks's character, uh, Ernest Krause, he is, um, he's a naval officer or commander and he has this one love interest who was probably put in by the studio just to have like a female character to show up at one point. And yeah, this is, uh, this is really, uh, the only, uh, time we get to know a little bit more about him other than that. He's religious and he sees this whole adventure, um, that he, or not adventure, but this mission he has to go on as a, uh, he being a shepherd protecting his flock, which are the, uh, uh, transport ships that he has to protect in some part of the North Atlantic where the, the ships are like for flight around 50, 48, 50 hours are in the, like a black hole and they are vulnerable to U-boat attacks, um, from Nazi Germany. And this is basically the whole story. We see whole, like the, like about 90 minutes, we see, um, this kind of warfare up close and what could happen. And it's very nice. Um, they show really, uh, authentic pieces. They have like the old equipment and they draw and then different, um, like, like what they show in different scenes. Um, what is all made of this kind of naval warfare they are going through. And, uh, it is really interesting from this kind of perspective, but the movie sadly has not more to offer, which does make it a bad movie if you're really into that. So this movie, I would say it's kind of niche and not something like, uh, Captain Phillips, where Tom Hanks also played a captain. And, um, he is more in Captain Phillips is more about the individual characters, but here in Greyhound, it's more about the warfare itself. And that makes it also very interesting if you're into that kind of stuff. And, um, yeah, 90 minutes of action. And it's sometimes very intense. And, uh, we have the German U-boats taunting, uh, the Greyhound and, uh, the, the, the ships that have, they're like, they're like, they call them, I think, Wolf Brigade or something like that. And they were hunting, uh, those kind of sheep. And it's like all like Christian metaphors here and there. And it's really interesting. We don't get to know any other of the crew really, but we see a very good crafted, uh, naval warfare in its entirety, almost to 90 minutes. And that's really interesting if you, as I said, if you're into that, but nothing more. So my score for this movie would be six of 10 points. And, uh, I would say definitely for every dad, it's a must watch. And, uh, for other people, if you have 90 minutes to spare, want to see some cool, intense action, um, then go and stream it on Apple TV plus, which is a good thing to have. So, uh, Apple TV plus is coming and there's more stuff coming on there, which could be very interesting. So stay tuned on Apple TV plus and let me know if you like Greyhound or not. Bye guys.